Wir haben ja einen ganzen Byte fast weggeholzt, ne? Ja, das ist okay zu erzählen, ey. Ganz egal, dann erzählen. Na komm. Also wie ist das? Mann! Holz, 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 Holz! Holz, 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 Holz! Wie geht das, Holzmichel? Ne, denn der alte Holzmichel. Haltmichel noch, Haltmichel noch, Unwetterwarnung. Oh Gott, mit Blitz, ey. Aber irgendwie wurden jetzt die Blitz überarbeitet, habe ich gelesen bei Steam. Oh Gott. Aber nicht, dass wir hausend abdann, ey. Dann ist er geil. Nee. Das wäre überhaupt nicht geil. Weil das ist alles aus Holz. Ja, dann verfluch ich dieses Spiel. Das wäre mies, wenn wir alles von Grund auf neu bauen müssen. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Aber egal, wenn das sowieso ist, dann machen wir es halt. Aber dann weiß ich es zumindestens, da werden wir gleich viele Sachen anders machen, wenn es passieren sollte. Ja. Das ist ja so ein Nachteil, ne. Bei Wasser zieht, ne. Bei Wasser zieht doch da Blitz an, ne. Äh. Wie mir gerade nicht ganz sicher, aber eigentlich ja schon. Ach, headshot. Du Wolf, alter. Hä? Weck ist das? Ach, der Daufer. Da ist er. So, mein komplett anderes Dach. Zeig mal. Das sieht irgendwie, lässt sich aus. Kommt der vor wie so Bahnhofsdach irgendwie, ne. Bahnhofsdach. Ja, komm, so welche Bahnhofsdach in Deutschland sehen so aus. Ich hoffe nur, dass das Haus jetzt das Stand hält hier den Sturm. Jaaaa. Und wegen dem Blitz habe ich natürlich auch gesagt. Äh, wir haben ja recht seitdem Blitzerbläder stehen, ne. Schön. Naja, also wenn er funktioniert, dann tut er auch ableiten. Sagen wir's mal so. Eigentlich ja. Ach du Scheiße, ich seh schon. Ich seh schon wieder was. Was siehst du? Unsere Wände. Oh, noch unsere Wände. Warte. Der Reparatur haben wir ja. Hilfe. Ich muss den Besomsten reinholen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wie sieht es aus? Ja. Ja. Okay. Warum sperre ich mich aus? Hey, lass mich rein tun. Alter. Oh. 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 Ja, das wird six Jahre. Wär ich hier, wenn ich erst so auf da werd. Auf dach. Dach doch. Dach doch halb. Jaach. Aber nicht. gut aus der dach das ist der fall so aus was ist jetzt er wird die beiden dürfen wir jetzt heute aber wenn ich sage ich gehe heute und dann meinte ich das auch ernst jetzt bin ich überrascht das ist ja nicht mein Problem das war ja der wendt der pfeift der wind macht unsere wende naja und die wende habe ich weniger angst er habe ich mehr angst um das dach ja wenn es kaputt ist kann dass das dach einweisen hier ist so stabil ist das schon jetzt ja das möchte glauben also auch wenn man aber dann wird gehen sollte komplett aus wenn der benni das so sorgt ja aber es ist nicht so schlimm aber wir haben schmerzten teil haben ein tolles ja das müsste immer haben weil es ist ja auch hier gibt es platten die sind immer kaputt da gibt es nicht ob ich sterben sauf oder nicht das ist meine entscheidung nein auch operieren sollte erstmal aber schön dass ich kann dem arbeit das war hier ich bin traurig ich bin wir kriegen nur 3 xp punkte wenn man sagen wenn man das hier reparieren das gibt schlimmeres ich kann auch rhabarber herstellen sich gerade kann er ist schon echt in der zeit was man soll das hier machen kann ja und irgendwie jede woche kommt auch immer wieder mehr dazu ja dann würde ich tun auch viel patch und so weiter jeden freitag bis jetzt jeden freitag ja 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 aber irgendwie also das steht alles auf englisch aber so ein bisschen irgendwie hat das also dass das update was mit den mit dem wetter noch mal zu tun gehabt hier mit dem blick ja auch so doch 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 reparieren gebäude sanieren dach reparieren der bläder der bläder der bläder der bläder der bläder also soweit bin ich erst mal fertig und ich werde ich auch noch schnell das dach machen dann können wir dann umbauen umräumen ja aber erstmal das dach herum dann ist heilig aber schlafzimmer also ja wir müssen noch fenster machen ja das ist aber dach klein ist repariert so gucken wir mal in der mittel in tauschen auch hier was kaputt ist und hier das muss repariert werden wenn wir uns in der küche wie sie ist fenster ist kaputt ist der gut fenster war kaputt so soweit ist erst mal fertig auch wenn hier alles bei mir ja 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 was mit gucken Ich habe praktisch die Klammer gemacht. Oh, ich bin fertiggestellt. Gut, aber du hast mal kurz gewonnen, ja. Ja, ich mag das jetzt. Hier ist der erste Klammer. Oh, hier noch ein bisschen. Ich will noch ein bisschen. Oh, hier noch ein bisschen Klappi-Klappi machen. Klappi-Klappi? Klappi-Klappi. Man sieht nicht bei den Klappi-Klappi. Klappi-Klappi. Ah, noch ein Entzündung. Oh. So, Rackeration. Wir haben jetzt mal den Lapparatur. Oh, hier mal auf, ja. Ach, so. Ach, doch mal auf. Oh, hier haben wir so Klappi-Klappi. Wie muss ich das reparieren, beziehungsweise nachkontrollieren? Klappi-Klappi. Klappi-Klappi. Wir haben so viele Ränder, ey, wirklich. Ja, sonst wird es weniger. Nee, wird immer mehr. Klappi-Klappi-Klappi beim Haus abgeschlossen. Und mein Oxyschlauch, mein Sauerstoffschlauch, mein Sauerstoffschlauch, mein Sauerstoffschlauch sollte ich mal hier reinstellen. Oh, ja. Oh. Was. Doe mal auffummeln. Dann können wir mal Wasser nachfüllen, hier. Mein Trinkschlauch. So. So. Drücke. Drücke. Containerfüllen. Ah ja. Wo sich das, meine Trinkschlauchencontainer ist. Ah ja. So, gut. Dann war nochmal. Fenster. Ah, so. Ich tricke es bei Schlauch. ich war wenn ich bin dauerstrahl ist richtig meine ist meine hofe okay so ich hätte gerne hier ein fenster oder welche noch jetzt so früh haben und sagt genau dass er wirklich viel tag und kann es aber auch nicht zählen was ich habe gesagt vier du bist schlecht im zählen du bist der einzige enttäuschung sie mich an sie mich an ich bin ja das ist sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut ja ich muss dann nichts punkte machen wir dann ja alles fertig machen dann mal gucken so die ganze zusätzliche ausrüstung die ich gerade nicht brauche ich habe ja wenn ich auf den wir machen Prozent weil ich das sind ich habe Prozent da muss das Ding so lang hier am wir sind nicht und das ist schwer was ich auch nicht stelle immer so eine schwierigen fragen mensch warum machst du es nicht mal weil ich das nicht freigeschalten aber ich könnte die materialien geben nein da pass ich muss ich ja alles machen ich mache es auch schon viel sondern die erst mal mit ihr die werkbank die werkbank ist jetzt nicht so machen so was ich weiß nicht soll es ausgegangen auch noch ich bin ja ich habe ich habe ich nicht hast du schon alles ausgeholt aus dem lager ich habe aber auch was da reingelegt noch gehabt wenn wir alles täuscht ist nichts nach einem schlägen aufgebraucht so gut entschuldigung wusste ich nicht das das ist ein großes Gebäude mittlerweile ja das stimmt so dann gehen wir erst mal hier